Herrschaften, wir haben uns heute hier versammelt, um Booster zu öffnen und geile Karten zu spielen. Und das versuchen wir jetzt. Wir haben ganze 10 Versuche. Gar nicht lang schnacken. Let it rip in den Nacken. Primova. Grabox. Gym Sticks. Porygon 2 Reverse. Und ein Stolos. Das war nur ein Probelauf. Dakuma. Ruffelt. Gräller Brustpanzer. Kapokimme. Reverse. Und nochmal ein Ampharos. Porygon. 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 Nein. Nebelkristall. Ballreiser Reverse. Und ein Ballreiser. Wie sehr möchten sie sich verarscht fühlen? Dieser Booster so ja. Ispeller. Schimpf. Mamamel. Catlea. Für first. Oder ein Gengar Holo. Wenigstens ein Holo. Memion. Schimpf. Enia. Catlea. Und ein Ognatol. Ach wie toll. auch schon bergfest Wimperb Javelbe Entdecker Set Inteleon Reverse und Biboholo in einem sehr geilen Artwork wieder ein OG Pokemon in einem coolen Artwork cool dargestellt da können wir uns doch schon mal freuen Garaborn Daktuma Schmetterhandschuh Schmetterhandschuh Reverse und Zilembrim Holo und dann 2 Packs noch Desokids Nibel Katlea Zilembrim Reverse und ein Victory Ja Es bleibt spannend Hopplo Bremover Alpollo Seesokids Seesokids und ein Ich kann es nicht mehr sehen Lastpack Magic Cool Noch mal ein bisschen locker machen Klochobus Klochobus Ruffels Unkrauthandschuh Saverio Reverse und Es endet mit einem Ramos Und Da das eins meiner favorisierten Pokemon ist Kann ich mich gar nicht Kann ich mich gar nicht Darüber beschweren So sehr ich mich über dieses Aufwenden beschweren möchte Aber okay Ist okay Wir haben den Ramos gezogen Kann man immer mal gebrauchen Ich danke wenigstens nochmal fürs zuschauen Bis zum nächsten Mal Gerne mit einem Daumen nach oben bewerten Und bis dahin Reingehoben